Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisanda, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisanda gelaufen sein. Also, ähm, lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zanda. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Ihrem Tisch führen. Oh mein Gott, das sitzt mein Chef. Ich hole da an einem Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich hab hier nen Debt. Das ist der... Blech der Specht, hm? Machst du das hier? Nein, 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 nein. Nicht schwebzeln hier. Sag mal. Nicht vorwarte das Geld. Du machst dir jetzt mal hübsch, mach dich frisch, zieh dich an, komm, zack. Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen. Das ist egal. Hier, das für dich. So kann ich nicht rumlaufen. Ich seh aus wie ein... Du siehst sexy aus, verdammt nochmal. Das weißt du ganz genau. Oh, jetzt stell ich mir die Sorgen. Vielleicht fällt's auf. Verzeihung. Gut, gut, ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspare es mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Jetzt kommt es mir wieder. Ja, da war ich mir. Ja, da war ich mir. Das war ich mir. Okay, das war ich mir.